So, weiter geht es mit Tag 2 und wie ihr seht, zwei sehr unterschiedlichen Pferden. Einmal ich auf Kaspar und Alexa auf Meloni. Wir hatten wieder Schrittstangen, die waren diesmal bei der Mitte, also bei X. Und Trabstangen, die waren hier auf gebogener Linie, einfach weil der Trab von Kaspar ja doch ein bisschen raumgreifender und weiter ist als der von Meloni. Deswegen waren die hier auf gebogener Linie. Ihr seht, dass ich Kaspar am Anfang am super weggeschmissenen Zügel reite. Das liegt ein bisschen daran, dass er die Angewohnheit hat, wenn man eine Anlehnung versucht aufzubauen, sich sehr schnell nach oben rauszuheben. Deswegen habe ich angefangen, ihn beim Warmreiten immer mit komplett weggeschmissenem Zügel zu reiten. Das hilft ihm einfach, sich fallen zu lassen. Das ist natürlich irgendwie alles ein Herantasten. Jedes Pferd lässt sich ein bisschen anders reiten. Mittlerweile habe ich da auch schon ein bisschen anderes Fallengefühl und kann ihn da auch jetzt beim Warmreiten schon besser geben, also besser den Zügel hingeben im richtigen Maße. Aber für den Moment kam ich sehr gut damit zurecht, ihn erstmal sehr lang zu lassen, um ihm einfach auch erstmal zu erklären, dass es vollkommen in Ordnung und wünschenswert ist, dass er die Nase runternimmt und den Kopf runternimmt. Und ja, deswegen habe ich am Anfang da sehr langen Zügel nur zur Erklärung, aber später, wenn wir dann anfangen zu arbeiten, nehme ich den Zügel natürlich auch ein bisschen mehr auf. Meloni hat jetzt das gleiche gemacht. Die musste hier natürlich die Trappstangen innen anreiten, aber das hat hier eigentlich ganz gut gepasst. Das ist nur so süß, finde ich, wie hoch Meloni ihre Beine hebt. Das sind ja eigentlich nur Trappstangen, die am Boden liegen. Aber Meloni zieht die Beine da wirklich sehr stark unter den Bauch. Ja, aber vielleicht mal eine Frage an euch. Schwarm, ihr seht ja, dass Meloni immer ein Schweifriem hat. Das liegt einfach daran, dass sie gefühlt keinen Widerrist hat und die Sättel sonst immer nach vorne kippt. Wir haben viele verschiedene Sättel probiert von verschiedenen Marken. Wir hatten auch einen Sattler da, der halt auch gesagt hat, ja, das ist einfach eine blöde Sattellage und ein Schweifriem hilft. Aber Schweifriem ist halt an sich jetzt nicht so eine schöne Lösung, weil ja da doch immer hinten Druck auf der Schweifrübe ist und sie sich auch ein bisschen aufschuffelt. Wir haben jetzt natürlich auch schon mal nach Lampfel für den Schweifriem geguckt und gibt es auch. Aber wir würden uns natürlich wünschen, vom Schweifriem wegzukommen. Wir haben jetzt auch einen Sattel für die Tressur gefunden, der wirklich gut geht, auch wenn sie mal einen Boxsprung macht. Denn ich kann natürlich nicht Alexa jetzt mit ihr auf Turnier schicken, wenn die Gefahr besteht, dass wenn das Pony doch mal einen Boxsprung macht, der Sattel nach vorne kippt mitsamt dem Kind. Das geht einfach nicht. Aber da haben wir jetzt einen Sattel gefunden, der halt vorne wirklich kaum Widerristfreiheit hat und dadurch auch nicht so gut kippen kann. Aber zum Springen funktioniert das einfach nicht, weil Meloni mal sehr hoch springt und ja die Bewegung hoch in die Luft und dann wieder runter geht. Und sobald du als Reiter dann nicht perfekt ausbalanciert nach hinten sitzt, dann kippt auch dieser Sattel und das geht natürlich nicht. Habt ihr noch Tipps? Habt ihr vielleicht schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Dann schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Ja, ihr habt jetzt gesehen, wir haben das Ganze natürlich auch von der anderen Hand gemacht. Das ist ja auch vollkommen wichtig und vollkommen verständlich, denke ich, dass man das natürlich von beiden Händen macht, damit die Pferde auch gleichmäßig gebogen laufen. Bei Kaspar hat es auf der rechten Hand sogar ein bisschen besser geklappt und Meloni macht das ja eigentlich eh sehr, sehr brav. Und hat da auch ihre Aufgabe, glaube ich, ganz gut verstanden. Aber ich finde das super, dass man da zum Warmmachen einfach gleich ein bisschen was für den Kopf hat. Ich hatte meiner Trainerin auch gesagt, dass Kaspar zu dem Zeitpunkt, als die Videos entstanden sind, dann eben ja sehr zuverlässig beim Angaloppieren gebuckelt hat. Ich finde, das ist eine wichtige Info einem Trainer auch zu geben, weil man natürlich das Verhalten vermeiden möchte. Aber ich sage da später nochmal ein bisschen mehr dazu, wenn wir dann Richtung Galopp kommen, weil ich finde, dass die Ansätze wirklich super funktioniert hat. Ich wäre von selber wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, aber ich will es jetzt mal nicht so viel spoilern. Aber ihr seht, sie hat jetzt hier rechts schon Trabstangen aufgebaut, immer erhöhte Trabstangen aufgebaut und links auch nochmal. Und zwar, weil es halt unterschiedliche Abstände sind. Also die für Kaspar sind hier rechts, die auch mit der Planke drin und für Meloni sind da jetzt, wo ich gerade vorbeitrabe. Einfach der Einfachkeitshalber, damit sie hier nicht dauernd umbauen muss, weil das wäre sonst ein ewiges Gebauer gewesen. Ich trabe jetzt hier einmal über die Trabstangen. Ich muss sagen, da ist Kaspar echt super. Das hat er einfach total begriffen. Er ist auch nullglotzig, wenn da mal was höher ist oder hier jetzt einfach mal eine Planke drin liegt. Er ist dann einfach so, ja, okay, gut, wenn du sagst, da traben wir rüber, dann traben wir drüber. Über den Stangen hat er auch schon eine schöne Haltung. Weg von den Stangen hat er noch nicht so eine schöne Haltung. Aber da arbeiten wir natürlich kontinuierlich dran. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich persönlich habe jetzt für mich auch nicht diesen Anspruch, dass ich sage, das muss jetzt innerhalb von zwei Wochen da sein, diese Anlehnung. Weil ich, also ich persönlich, das ist so lustig, Meloni ist einfach über beide Trabstangen gesprungen, weil sie da hat. Aber Alexa hat es gut gesessen, also gleich nochmal in Ruhe machen. Aber wie gesagt, also ich persönlich mache mir da keinen Zeitdruck, weil ich möchte dem Pferd eine gesunde Haltung beibringen. Und jetzt nicht auf Zwang irgendwie dazu zwingen, den Kopf runterzunehmen. Das ist in meinen Augen auch einfach nicht die gewünschte Anlehnung. Deswegen mache ich das ganz gemütlich. Genau, jetzt haben wir das Ganze natürlich auch nochmal umgedreht. Also erst die Schrittstangen, dann hier die Trabstangen. Dann ging es, glaube ich, jetzt nochmal eine Runde auf den Zirkel. Hier habe ich ihn leider jetzt nicht so schön am inneren Schenkel gehabt. Dadurch hat er so ein bisschen nach innen gedrängelt. Da hat es nicht so gut gepasst. Und jetzt hat er wirklich ein bisschen hingeglotzt, weil ihr seht, dass diese Planke da unten am Boden liegt. Und da sieht man, dass ich hier so ein bisschen... Ach, hier war die Haltung jetzt kurz, das hatte ich mal gut. Da sieht man, dass ich ihm so ein bisschen zu sehr vertraut habe, weil ich dann doch sehr nach vorne kippe. Weil er jetzt hier einmal kurz abbremst. Aber er war wirklich super lieb und ist sofort weitergetrabt. Also da ist er wirklich sehr, sehr ehrlich, muss ich sagen. Dass er da dann auch wirklich immer, ja, mir hilft, in Anführungsstrichen, wenn er merkt, oh, die ist jetzt nach vorne gekippt. Und dann halt wirklich weiterläuft. Da würde ein Quentino dann eher sofort sagen, okay, stopp. Aber so hat jedes Pferd halt einfach seine Vor- und seine Nachteile oder seine Vor- und seine Nachzüge, sagt man das so. Genau, auch bei Alexa haben wir es jetzt auch umgedreht. Also erst die Schrittstangen, dann die Trappstangen. Bei ihr ist es ja als einfach, sie trappt dann einfach oben hoch und kommt von oben. Und da hat Meloni sich dann langsam auch dran gewöhnt, dass es da auch erhöhte Trappstangen gibt und man nicht über beide gleichzeitig springen muss. Aber sehr lustig. Aber finde ich cool, dass sie das so entspannt machen. Ich finde erhöhte Trappstangen, vor allem wenn die Pferde halt viel gesprungen werden, ist halt für sie schon, da müssen sie ein bisschen umdenken, dass man jetzt nicht da drüber springen muss. Und das ist, finde ich, eine gute Kopfarbeit, die man immer wieder einbauen sollte. So, jetzt haben wir das, glaube ich, nochmal gemacht. Routine ist auch einfach wichtig, finde ich. Also, weil es mir einfach ein gutes Gefühl gibt, sowas öfter und öfter zu machen und zu wissen, das funktioniert. Und ich finde, man sieht bei Kasper auch immer echt eine Haltungsverbesserung, je öfter man über solche Stangen trappt und dann halt weiter trappt. Weil er sich diese gute Haltung, die er über den Stangen schon hat und die natürlich auch durch die Stangen erzeugt werden soll, dann schrittchenweise immer mitnimmt. Das ist natürlich noch nicht konstant, aber schon ein guter Ansatz. Und hier sieht man eben, ja, es ist manchmal noch ein bisschen schlänglich, aber dass er halt wirklich schön hinschaut, schön den Rücken aufhölbt und die Füße hochzieht. Danach war er dann kurzzeitig wieder weg. Aber wie gesagt, ich versuche mich auf die positiven Momente zu konzentrieren und da halt weiterzumachen und jetzt mich nicht unbedingt darauf zu konzentrieren, was jetzt alles nicht geklappt hat. Ja, Alexa hat Meloni hier auch schön innen gehabt. Diese Kurve hat sie ja nicht so gut getroffen. Also die war halt recht eng rum. Und da ist sie dann doch wieder über beide gehoppelt. Aber deswegen haben sie einfach genau die gleichen nochmal gemacht, halt ohne die Trappstange vorher, um jetzt mit einer geraden, schönen Kurve hinzukommen. Und dann war es auch gar kein Problem. Dann ist sie da ganz brav drüber gegangen. Sie hat kurz gezögert, aber dann ist sie ganz brav drüber getrappt und hat ihre Füßchen mitgenommen. So, jetzt komme ich wieder von der linken Hand über die Trappstange. Ah, jetzt haben wir da nämlich das Kreuz. So, und dann kommt es über das Kreuz und sie hat gesagt, reite einfach in die Ecke und lass ihn da anhalten. Ich war echt ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, warum anhalten? Aber ich muss sagen, das hat wirklich gut funktioniert, da Kasper ja so ein bisschen zum Sprung immer recht schon flott wurde, weil er so seine Aufgabe verstanden hat, was ja auch okay ist, aber halt nicht unkontrolliert. Und er sollte halt auf gar keinen Fall buckeln. Und das haben wir einfach super damit hinbekommen, weil ich mich so darauf konzentriert habe, gleich nach dem Sprung drin zu sitzen, um ihn runterzubremsen und gerade in die Ecke zu reiten, dass einfach mein Sitz halt auch besser war, weil ich gar nicht in der Erwartung war, dass er jetzt irgendwie buckelt oder ich weiter galoppieren muss, sondern ich war sofort schön drin und habe versucht, ihn durchzuparieren. Das war natürlich jetzt beim ersten Mal noch ein bisschen wuchselig, weil ich einfach erst mal so war, so okay, kriegen wir das hin oder galoppieren wir in die Wand rein? Aber wir machen es natürlich jetzt gleich nochmal. Meloni hat das übrigens gerade super schön gemacht und super zuverlässig. Das hat mich sehr gefreut, dass das gleich so gut geklappt hat, dass sie da so schön drüber gesprungen ist und weiter galoppiert ist. Ja, aber ich mache es jetzt mit Kaspar nochmal und dann sieht man, dass ich und er dann beide schon viel mehr begriffen haben, dass es in die Ecke geht. Und ich muss sagen, das hat mir einfach ein super Gefühl gegeben, weil ich einfach ein kontrolliertes Gefühl hatte. Ich hatte das Gefühl, ich kann ihn nach dem Sprung recht zügig durchparieren und deswegen habe ich mich dann auch, also der Ton ist jetzt aus, aber wir machen das Kreuz gleich auch nochmal in die andere Richtung. Und da sage ich dann auch wirklich so, ich glaube, ich hätte jetzt auch weiter galoppieren können. Natürlich ist es jetzt so, dass er dann auch nicht mehr so hinzieht zum Sprung, aber es ist ja auch nur ein kleines Kreuz. Es geht ja gar nicht erstmal darum, dass er dann eine schöne Manier hat, das hat er sowieso dann an sich, sondern dass ich halt die Kontrolle habe und dass wir halt nicht in so ein unkontrolliertes Rumgerenne und Gebocke kommen, weil das bringt halt überhaupt niemanden irgendwas. Genau, jetzt kommt wieder Alexa, schön die Trabstangen mitgenommen. Jetzt, hier sind die Abstände dann natürlich an Meloni angepasst und dann super schön und brav darüber. Und Meloni springt ja immer so super hoch, aber Alexa ist da mittlerweile echt dran gewöhnt und kann das gut sitzen. So, jetzt haben wir es nämlich umgedreht. Fabian, möchtest du eigentlich in meinem Video melden? Eigentlich nur meckern. Jetzt seht ihr hier nämlich das andere Kreuz, um von oben dann durch die ganze Bahn zu wechseln. Und da hat er jetzt auch gleich beim ersten Mal dann wirklich super auf meine Hilfen gehört. Also wir hatten jetzt hier die Trabstangen, jetzt geht es sozusagen oben hoch und von oben wechsle ich dann durch die ganze Bahn. Warten wir mal, bis ich da oben hoch getrapselt bin. So, sozusagen jetzt dann abwenden. Da musste er noch kurz den Popo heben. Das hat er auch echt schön gemacht und ich kam aber sofort hier wieder zum Reiten, hatte hier wieder die Kontrolle und konnte dann durchparieren. Und das hat mich halt einfach gefreut, weil es mir ein wirklich sicheres Gefühl gegeben hat. Und da habe ich eben jetzt auch zu ihr gesagt, dass ich jetzt auch vom Gefühl her auch durchaus hätte weiter galoppieren können, weil ich einfach das Gefühl hatte, er ist wirklich konzentriert bei mir und er hört auf das, was ich sage und ist nicht so, okay, los geht's, Hauptsache Gas. Und das ist mir einfach sehr wichtig, damit ich mich obendrauf sicher fühle. Ich bin kein Profi, der schon auf 20.000 verschiedenen Pferden saß und halt genau weiß, was zu tun ist. Und ja, ich brauche einfach irgendwie ein gutes, sicheres Gefühl. Auch der Sprung, richtig schön von Meloni, hat sie wirklich super gemacht und Alexa natürlich auch. So, jetzt haben wir, glaube ich, das nochmal gemacht, also das gleiche Kreuz mit dem gleichen Trappstang vorneweg und dann bin ich aber weiter galoppiert und das hat dann eigentlich auch richtig gut geklappt. Jetzt komme ich wieder da die lange Seite hoch und jetzt, ihr seht schon, was ich meine, oder? Dass er ab und zu so ein paar Schritte jetzt hier auch gerade auch wieder einfach eine gesunde Haltung von sich aus einnimmt, ohne dass ich da jetzt krass rumzubilden muss. Natürlich halte ich eine Verbindung und natürlich, wenn er nach unten kommt, gebe ich nach und gebe ihm das Gefühl, das ist richtig und ich glaube, dass das wirklich der richtige Weg ist. Jetzt war er hier so erstmal kurz ein bisschen träge, aber als er dann gemerkt hat, uh, ich darf weiter galoppieren, hat er sich durchaus gefreut. Jetzt haben wir, glaube ich, gleich das andere Kreuz mit, nee, haben wir nicht, wir sind erstmal galoppiert und er hat dann wirklich kein einziges Mal beim Angaloppieren gebuckelt in dieser Stunde und das war für mich echt eine Seltenheit. Ich muss sagen, jetzt gerade buckelt er gar nicht mehr beim Angaloppieren, also das haben wir sehr gut rauskorrigiert bekommen, aber zu dem Zeitpunkt hat er halt wirklich bei jedem Angaloppieren gebuckelt und ich habe kein Problem da mit dem Buckler zu sitzen, darum geht es auch gar nicht, aber es ist einfach so ein Grundgehorsam und so ein Grundunwohlsein, was man halt hat, wenn man weiß, so, das Fährt wird jetzt den Puppe hochschmeißen und man kommt halt erstmal ein paar Galopp-Sprünge einfach nicht zum Reiten und nicht zum Sitzen. So, Alexa hat jetzt hier gleich das Kreuz mitgenommen, genau. Das hat super funktioniert, da war ich echt sehr zufrieden und sehr happy, dass die beiden da so schön flüssig diese Aufgaben immer lösen konnten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen an dem Tag. So, jetzt bin ich dran und jetzt mache ich auch wieder beide Kreuze hintereinander, also erst immer wieder die Trabstangen. Ich finde das auch super, dass wir nicht jetzt einfach nur ein einzelnes Kreuz springen, sondern das immer wieder wie eine Parcour-Aufgabe zusammensetzen, weil es ist einfach auch eine Konzentrationsfrage, nicht jetzt für mich als Reiter, ich bin schon viele Parcoure gesprungen, aber auch für das Pferd, dass es nicht nur eine kurze gestellte Aufgabe gibt und dann ist frei, sondern viele Elemente, die nacheinander kommen. Das muss er ja schließlich auch lernen, dass er sich einfach immer wieder konzentrieren muss auf mich, bis ich sage, so jetzt ist Pause. Ja, den hat er echt immer sehr schön gemacht, hier ist er so ein bisschen immer losgezogen, da hatte ich immer ein bisschen Angst um die Kurve, aber das haben wir eigentlich ganz gut gemanagt. Den haben wir jetzt beim ersten Mal hier auch eigentlich ganz gut getroffen, da war er nämlich noch recht ruhig, wenn Sie es jetzt sehen, von Runde zu Runde, zieht er wieder ein bisschen mehr vorwärts, was ja an sich auch okay ist und später am Springen will man ja auch nicht immer auf der Stelle galoppieren, aktuell sind wir ja aber wirklich noch in der Ausbildung und springen halt wirklich hier kleine Kreuze und ja, da muss es nicht sein. Übrigens jetzt hier, Willow und die Planke, wir waren alle echt so ein bisschen so, okay, was wird sie machen? Also sie hat das so cool gemacht und so brav gemacht. Vorne die Trabstange hat sie natürlich ausgelassen, da hat sie gleich meinen kleinen Freundenbuckler rausgehauen, weil die auf Kasper eingestellt sind, aber ich war mir echt nicht sicher, ob Meloni da so easy drüber geht, weil so eine Planke, das kann ja schon mal echt ein Gruselfaktor sein, aber das hat sie super cool gemacht. Jetzt geht es hier weiter bei dem Kreuz, das soll auch super passen. Ich muss echt sagen, mit dem Bein war ich so, so zufrieden und so stolz auch in der Einheit einfach, weil die sich so gut präsentiert haben und da einfach so viel so gut schon umsetzen konnten, was auch den Fluss angeht, das gerade richten vom Sprung, aber auch Alexas Sitz über dem Sprung, das ist ja immer ein Problem, dass sie gerne nach vorne kippt. Jetzt kommt Kaspars Planke, aber wie ich es mir schon gedacht habe, war das jetzt echt kein großes Ding. Also Kasper ist einfach null Prozent schreckhaft. Also ich bin mir auch sicher, dass der auch auf Turnier über alles springen wird, was du ihm hinstellen willst. Bei ihm ist halt echt mehr der Job. Jetzt habe ich hier gleich verkackt in der Kurve, darf man nicht sagen. Ich habe jetzt hier nicht durchgetrieben, dann ist er mir ausgefallen, dann bin ich angelippiert und dann bin ich aber hektisch geworden und dann hat es so gar nicht gepasst und es hat einfach lange gedauert, bis ich jetzt wieder irgendwie zum Reiten kam, dann ist der Rhythmus einfach so verloren gegangen. Jetzt habe ich wieder zu viel irgendwie gebremst und gezupselt und da hat er mir echt so den Hintern gerettet. Aber das ist auch eine Sache, die mich an ihm so stolz macht, dass er mittlerweile wirklich hinschaut und wirklich seine Beine wegzieht. Weil ihr erinnert euch noch, hier war einmal der Ochse 1 mit Alexa, ihr erinnert euch noch, als ich angefangen habe, mit Kasper zu springen, da war ihm das einfach egal, er hätte einfach das ganze Kreuz abgeräumt, weil er sagt, es passt halt nicht, so selber schuld, wenn du mich so blöd daran reitest. Und mittlerweile ist er wirklich so, dass er hinschaut und dass er sagt, ja, okay, jetzt muss ich halt mal meine Beine da irgendwie akrobatisch wegziehen, damit das liegen bleibt. Und das macht mich einfach sehr, sehr stolz. Trotzdem habe ich jetzt natürlich versucht, es hier jetzt ein bisschen besser zu machen, ein bisschen deutlicher durchzutreiben, ein bisschen zügiger rumzukommen. Das hätte ja auch sehr gut geklappt. Dadurch ist er jetzt hier so ein bisschen stärker, stärker, stärker geworden, da musste ich ein bisschen besser einwirken. Das hat aber eigentlich auch ganz gut geklappt, aber zu dem hier habe ich jetzt wieder zu sehr gezipselt. Dadurch hat es gepasst, also er hat auf mich gewartet, aber es war natürlich vom Ablauf her nicht mehr so schön, weil vor allem so ein großes Pferd, wenn der noch nicht so versammelt auf der Hinterhand ist, da macht es natürlich mehr Sinn, eher ein bisschen mehr vorwärts zu reiten und ein bisschen weiter zu kommen, als so viel zu halten. Den hier haben wir jetzt eigentlich ganz gut getroffen, da wäre aber nur ein Galoppschwung dazwischen. Das wurde jetzt hinten weil ich auch ein bisschen zu ruhig vom Tempo war, aber er hat das super brav alles gemacht und das ist ja auch für mich ein Lernding, da auch einfach besser zu wissen, wie ich ihn reiten kann. Ja, hier, der Alexa hat auch die Planke sehr gut gemacht. Jetzt war einmal kurz das Problem mit dem Rechtsgalopp. Oder ist sie jetzt im Rechtsgalopp? Ich kann es gerade nicht sehen. Ne, genau, das war das Problem. Jetzt ist Meloni ein paar Mal nicht rechts angelüppiert, deswegen einfach nochmal vollkommen in Ruhe, erstmal auf den Zirkel, erstmal wieder Ruhe reinkriegen, konzentrieren, das Pferd schön nach innen stellen und biegen und dann nochmal ganz sauber rechts angelüppieren. Meloni ist ja auch erst fünf, also ist jetzt auch wirklich kein altes Pferd und es ist auch gar nicht schlimm, wenn sie dann mal zwischen den ganzen Sprüngen mal kurz die Hilfe etwas falsch interpretiert und dann lieber auf der linken Hand angelüppiert. Aber Alexa ist jetzt nochmal angelüppiert und jetzt ist sie auch super brav wieder rechts angelüppiert und jetzt konnte sie dann weitermachen. Jetzt kam hier wieder das Kreuz. Genau, also Meloni ist auch so ein Pferd, die immer gerne weit abspringt, so wie Quentino. Aber ich finde so, als Reiter muss man sein Pferd da einfach halt kennenlernen und versuchen sich zusammen irgendwie einen Weg zu basteln und wenn das Pferd einfach gerne weit abspringt, dann ist das ja auch kein Problem, dann muss man sich als Reiter halt ja da dran gewöhnen und auch Distanzen finden, dass man halt das Pferd dann auch eine gute weite Distanz bringt, die aber auch machbar ist. Jetzt hat hier der Rechtsgulop gut geklappt, also der einfache Wechsel über den Trab und jetzt kommt hier noch das kleine Ochserkreuz. Ich war wirklich super zufrieden mit den beiden, also da hatte ich wirklich absolut nichts zu meckern. So, ich glaube, das ist jetzt Kaspars Finalrunde. Jetzt haben wir hinten einmal die Planke etwas größer gemacht, das war gar kein Problem und jetzt ist er auch richtig gelandet. Das hat mich sehr gefreut, denn er ist vorher zweimal falsch gelandet. Jetzt bin ich so ein bisschen frischer geritten, das hat mir persönlich jetzt besser gefallen, dass ich mich ein bisschen mehr getraut habe. Jetzt konnte ich ihn dadurch ein bisschen besser holen, weil ich einfach noch ein bisschen Platz hatte. Er ist aber wieder so ein bisschen losgezogen. Jetzt seht ihr das, was ich vorher gemeint habe mit Erwitter, so ein bisschen wild in Anführungsstrichen. Aber ich fand, ich habe ihn gut wieder zurückbekommen. Also es war okay. Jetzt musste ich hier einmal ein bisschen enger rangehen, denn schon haben wir irgendwie wieder vergurkt. Ich weiß es auch nicht, warum wir den immer vergurken. Der war irgendwie nicht so in unserer Liga. Ja, hier hat er jetzt einmal kurz in die Ecke reingeglotzt, deswegen habe ich jetzt hier leider die Distanz nicht so gut gekriegt. Jetzt hat es hier nicht so gepasst. Er ist aber super brav losgesprungen, hat sich sehr, sehr lang gemacht. Dafür habe ich ihn auch jetzt erst mal gelobt, dass er da sich so lang gemacht hat und da noch drüber gesprungen ist. Aber wir haben den dann natürlich nochmal gemacht, weil das Ziel im Training sollte schon, ihn passend zu treffen. Sein, ihn passend zu treffen. Ich habe jetzt aber nochmal die Distanz nicht wirklich hingekriegt, weil es mir einfach echt schwer fällt. Jetzt haben wir hier extra noch eine Stange davor geschickt und jetzt hat es gepasst. Bei ihm fällt es mir einfach schwer, den Galoppsprung größer und kleiner zu machen und dadurch passend ranzukommen. Jetzt bin ich aber gut vorwärtsgeritten und jetzt haben wir es nochmal geschafft gehabt, dass er wirklich passend über alle Stangen drüber kam. Und ich finde, das ist halt auch eine super wichtige Übung für uns, also für mich und für ihn, dass wir halt an unserem Galoppsprung arbeiten. Kaspar war jetzt auch fertig, der hat das super gemacht und jetzt macht Meloni nochmal den ganzen Parcours hier vorne auch mit dem Kreuz drin und das hat mir auch wirklich sehr gefallen. Das war sehr harmonisch und zeigt, dass die beiden ein großes Potenzial haben. Ich konnte es hier gerade nicht sehen, aber der Kater hat alle Schranktüren aufgemacht, wenn ich dieses Audio mache. Sei ein dummes Tier. Also ich war super zufrieden mit dem Trainingstag. Ich finde, Kaspar und ich waren zusammen sehr erfolgreich und haben gut funktioniert. Es gab keinen einzigen Buckler. Ich habe viele neue Sachen gelernt. Ich fand, Alexa und Meloni haben sehr harmoniert und konnten dann sehr schön das Bild zeigen. Hier war kurz eine Irritation, weil sie ein bisschen zu sehr nach links über dem Sprung gegangen ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben ins Training. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ja, ich habe ja einige Themen angesprochen, was eure Meinung zu den Themen ist und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Den haben sie jetzt natürlich nochmal gemacht, weil sie ihr da einmal ausgefallen ist, denn den wollten sie natürlich dann noch einmal flüssig aus dem Galopp. Das war dann aber auch gar kein Problem. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!